Hey Furt, Freunde, ich bin's, euer Olaf. Ne, Moment, bin doch Tobi. Okay, nochmal. Ich bin's, euer Tobi. Und ich zeig euch heute, wie man als Schneemann-Azubi durch den Tag kommt. Als erstes zieht man sich die Vollmontur an. Jacke, Schuhe, Mütze, alles was es gibt. Und wenn man gelernt hat, mit Schuhen zu laufen, so wie ich, dann kann man das auch richtig gut. Zwischen den Spaziergängen muss man sich immer aufwärmen. Ganz muckelig einmuckeln, vorm Kamin, wenn man ihn hat. Ja, und dann wird man auch wieder richtig schön warm. Beim nächsten Spaziergängen hatte ich keine Schuhe an, weil ich buddeln wollte. Hier haben meine Mama und ich Schneeballfangen gespielt. Sowas liebe ich. Gibt nichts Besseres als Schneeballfangen. Guckt mal, wie toll ich gesprungen bin. Boah, bin ich athletisch. Ich bin toll. Hier hat meine Mama Genia festgehalten, weil da Wasser war. Die wird sogar im tiefsten Südbieren, wird die noch ins Wasser gehen. Hier ist meine Mama mit mir übers Feld spaziert, weil ich unbedingt dahin wollte. Da war dann plötzlich eine Eisfläche. Da bin ich da ein Stück eingekracht, aber mir ist nichts passiert und dann sind wir auch ganz schnell wieder weggegangen. Ich bin auch nicht weit eingekracht. Vielleicht so, keine Ahnung, Zentimeter. Also ist nichts passiert. Hier spiele ich dann wieder mit meiner Mama Schneeballfangen. Das macht so Spaß. Musst ihr auch mal austrobieren. Meine Schwester Jenny liebt das auch. Zimba. Kiii. Zack, 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 zack. Ich bin so wunderschön. Hier hat meine Mama mir ein Läckerchen geworfen. Das wollte ich fangen. Entschuldigt den Wartschelgang meiner Mama. Es war glatt. Kiii. Den Stock fand ich erst gruselig. Dann hat meine Mama mir aber gezeigt, dass der okay ist. Und da brach ich meiner. Kiii. Hier noch ein paar Fotos von meinem Tag. Ich bin so toll. Findet ihr das auch, dass ich so toll bin? Also na klar findet ihr, dass ich toll bin. Aber findet ihr es? Das war mein Tag als Schneemann-Azubi. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und Küsschen auf Schnüsschen. Euer Schneemann. Nein. Euer Götchen.